So, wir stehen vor der Tür und öffnen sozusagen die Smart Look App, gehen hier auf das Fenster zurück, bis wir das hier sehen, Bluetooth muss an sein und das GPS muss an sein, genau, hier dann dementsprechend nochmal das Hinweisschild, genau, dann hat man hier in dem Fall Barock Bagnang, muss man mal checken, GPS an, Bluetooth war aus, hier brauchen wir dann nicht etwas auswählen, genau, sieht man hier, blau-grün, heißt, das ist verbunden, so, Verbindung war erfolgreich und jetzt kann man dann dementsprechend die Tür öffnen, hat gewisses Zeitfenster, aufdrehen und dann hat man einen Zutritt.